Da hat sich halt Marius komplett den zweiten Platz vor Consti und vor Dennis geholt. Ich darf gegen beide Texte an, Alter. Und auf dem ersten war dann Lil Durzy. Und dafür haben sie für dieses Set tatsächlich heute auch noch mal eine Worldfighter. Das kann man wieder auch mal angucken. Das war Z2 Game 10. Das war schon richtig knapp. Das war krank. Ja. Guckt euch an. Marius auch kann mitbekommen hören. Kranke Mensch. Das ist Brandi-City-Tools. Ja. Komplett bescheuert. Ich habe schon Brandi gegen Dennis gewonnen, aber ich glaube keine Gymnasien. Bestimmt Fake News. Beide auf jeden Fall krass. Das ist alles klar. Wir sehen hier ein sehr, sehr hochkarätiges Spiel. Sehr früh am Abend. Oh mein Gott. Oh, was war das? Dennis hat einen verschenkt. Er schlägt mal großzügig einen. Und spielt Peach auf Lina. Und ich habe heute gelernt, dass Peach auf Lina eine seltene Wahl ist. Oh, der hat sie getötet. Weil auch Lina hat gesagt, wie nicht so coole Schuhe und eine blaue Schuhe sind. Das war für die Insider. Für die Fashionistas. Oh, der ist noch nicht getötet. Oh, nur nur André ist im Chat. What's up, Alter? Wer hat mir überlegt, dich für den Award für Most Mist zu legen, Alter? Wo war's denn? Ich habe mal einen verloren gegen Bananen. Und kannst du... Ja, sorry. Ich habe das Gefühl, Dennis Bromson ist eine große Runde zu deinen Kopf. Das ist auf jeden Fall jetzt sein Trend-League-Kid. Oh, später kommt er richtig krass raus. Später im Turnier ist... Ja, später wird es gut. Später vor allem, wenn der an der Hype ist. Weil er ist ein Hype-Boy. Ja, der ist mal der Hype-Boy. Außer dem Crew, weil der Morgentium ihn gefickt hat. Ist es... Ist es so ein bisschen zu langsam? Also, ob es ein bisschen... Ich meine, erst mal Leute zukommen, wird es besser? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, der Lied davon. Nein, ich kann leider nicht kommen. Ich bin zu broke. Ich bin schon angemeldet. Hey, was ist das, ne? Das ist der beste Freude. Das ist krass, guck mal. Nein, das ist schön. 3 zu 1 ist davon. Ja, warte. Wie viel ist das Game? Und die Zeilen sind gerade ziemlich hoch. Wir halten jetzt leider. Oh mein Gott, das ist ein Stitch. Das ist das Game 1. Das ist das Game 1. Du hast einfach den Stitch-Face, richtig? Und Dennis wieder mit dem Colorswap. Ja, das ist das Game 1. Nein, da ist das Geschenk. Ja, das ist den Losers round 4. Hier. Oh, ja. Dispiele der 5. Okay, zwar, das ist der 5. Kons設ierung von benefit. Nein, wir sind hier. Oh, hier! Oh, du bist hier. Du sagst, du warst zu check. Aber du sagst mir. Oh, die Schellung! Oh, die Schellung! Oh, die Schellung! Oh, die Schellung! Die Schellung! Die Schellung! Die Schellung! Die Schellung! Das geht auf Tagesordnungspunkt. Ich habe eine. Kannst du die auf Tagesordnungspunkt? Ja, die Schellung! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Was haben wir denn? Oh! 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 Oh, Schellung! Eigentlich habe ich richtig Bock, Nicky gegen Geldjungen zu wählen. Oh mein Gott! Aber Geldjungen ist jetzt... Geldjungen ist jetzt... Ja, ein Loser. Was? Gegen Lefouz hat er 3-1 verloren. Gegen Lefouz hat er 3-1 verloren. Okay! Die wechseln sich immer. Ne, der hat Falco gespielt. Und das? Weil er gegen Fox besser als er spielt. Was? Ja, vielleicht so! Ach so, Geldjungen! Geldjungen macht, Geldjungen macht! Geldjungen macht. Geldjungen macht! Geldjungen macht! Oh mein Gott! Oh! Shine ist nicht aus Eis! Oh! Schilder! Ist das hier! Aber... Swordtreme ist jetzt richtig schwer! Barschmaschine! Richtig schnell! Strohbechner! Das Strohbechner fließt! Ohhhh! Erfindet den Abschluss! Erfindet den Abschluss! Kannst du dich ein bisschen sehen? Ja, ich weiß nicht. Will man streamen oder? Wut? Sollen wir den Top 8 auf streamen? Wut? Ja. 3x1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 für Marius 2-0 für Marius 2-0 für Marius Wow, Marius Das Ding hat der Poe nicht geholfen Weil er gegrindet hat Gegrümmelt Ja, gegrümmelt Okay, interessant Marius ist auf jeden Fall on fire Und Dennis ist noch nicht ganz offen Macht ihr denn erstmal ein bisschen Losers? Ich würde sagen Wir können dann schon mal abermatern Aber der ist noch mal vor Top 6 oder Top 8? Was? Top 6 oder Top 8? Top 6 Okay Wir können gucken wie es passt Wir haben die Bedeutung auf dem Oder die Winner sind Auf dem Nein 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 Ja, Marius hat gebockt. Marius hat vorhin auch das Grinded-Greinded-Til. Er hat seine Skills geschliffen. Er hat seine Skills geschliffen. Er hat er, er hat er. Ich spiele gleich. Nächstes Game kommentiere ich mit Brian auf Englisch. Wenn ich das nicht ausmache. Wenn es das Rematch wird. Dann wird es gerne dabei sein. Aber es wird zu früh sein. Wir brauchen einfach mehr Stimmen. Ja, es wird zu früh sein. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Oh, schrecklich. Aber die Stimmung hier ist auch richtig gut. Hallo. Alle haben Bock. Changrab? Let's go. Dennis auf Let's do Sock. Wir kommentieren hier gar nichts. Let's go. Hi Jojo. Oh, let's go. Dennis kämpft doch mal richtig. Aber Dennis ist klatsch. Dennis hat nicht so... Come on. 21... Du kommst mich nicht besuchen. Crazy. Top 7. Jojo. Was soll das? Ausfisch. Und Fight auf Last. Stopp. Und Dennis ist bei 28%. Das ist absolut machbar. Das ist komplett offen. Ja. Vor allem wenn er jetzt den Grab kriegt. Das versucht Peach jetzt gerade, den Grab zu fischen. Aber der Näher tut richtig weh. Siehst du wie... Ja. Und das Ding ist auch eine psychische Frage. Dennis muss, wenn er das gewinnt, noch 2 gewinnen. Und Marius muss nur das gewinnen. Oh, da ist der Grab. 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 Komm Marius da raus. Der eilt immer nach hinten. Nach vorne. Ja, zu langsam. Zu langsam. Aber das war schön. Das war eine schöne Reihe. Und die hat auch Marius nicht zugesetzt. Auf jeden Fall Kill% mit 70%. Oh! Abfisch! Jo! 3-0. Alter Schwede. Rein. Hey dude, rub this. Get a chance. Get a chance.